Oh ja, man kann sich hier oben so hinsetzen Egal, könnte man hier dann alle wegholen Fuck, ich hänge hier fest, alter Freddy Ja? Steht im Chat Da mach Scham Jo! Was ist denn hier los? Dope Komm mal hier hinter Du kannst scheitlich da hinten in die Ecke setzen Pfff Oh Er fällt so runter Was hat der für'n Tipp? Ja, schönes Wetter heute Kann ich dich durch die Tür niederschlagen? Freie Tür heute schon, oder? Ach, da geht's nicht Ach, jetzt lieg ich wieder 10 Minuten auf den Boden, ey Weg Ich hab'n Das noch? Der weiß Aber grau Jetzt? Nee Ja, nein, ich hab'n N-n-n-mechanikeranzug und'n Achso, er hat dann schon Hochschule Na dann schon Dann, alles Uh Komm doch, Ruhe Wie wird denn dahinter gekommen, ey? Fly Ja Ach, NÖ Was? Alter War das auch echt immer Pech, Ne? Ich werd' irgendwie immer von Türen getötet Ja Irgendwie wieder geugt Ey, du bist schon da Tür Ach Olli Jetzt wurde irgendwie gekickt Ich hasse Türen Ich hasse Türen Auch in echt Ich hab mich wieder rausgeführt Egal, ich hab ein Video. Langsam mag ich Türen so. Die werden mir immer sympathischer. Äh. Finde ich jetzt auch echt cool. Kann ich jetzt abziehen oder was du magst? Willst du schon respawn? Nee, nice. Vielleicht nicht. Erstmal looten. Looten, looten, looten. Hm. Heute Runde. Nice. Ah, ist das Glück? Glück in Anführungszeichen. Hä? Also er hat wahrscheinlich verkackt. Alles klar. Oh. Dante Maria. Es könnte ja auch echt noch kommen. Ich glaub wir müssen noch provokanter werden. Ach der dann gerade. Ja. Neiiiine. Ach, ist nicht. 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 Kein Auto. Guckert. Ach, Penjart. Stehen. Stehen bleiben, aussteigen. Aussteigen. Stehen bleiben. Oder wir schießen. Sag sofort, oder wir schießen. Das ist wichtig. Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg. Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg. Waffe weg, Waffe weg. Waffe weg, Waffe weg. Waffe weg. Waffe weg. Eh, Snip kommt, ne Leute. Rennt. Warum? Hä? Der ist nicht bei Snip. Nicht bei Snip. Der ist Brav. Geil. Das ist gut, dass er den abgeknallt hat. Das ist ein richtiger Wichser. Ja, der hat sich halt lustig gemacht, ne. Der hat ein Auto. Gesang vorbeigefahren. Okay, das reicht dann wohl für den Support. Tschüss. Hat er geschrieben, oder was? Ja. Will den invisible zurück haben? Nee. Ääääääääääää- Ach ja Komm mal die Klaue 2 Dann, weil der Ballert mich aber weg Kannste sagen Was du hast So, bis gleiche Komm mal mit drüber Ich will den mir jetzt anhören Ich auch Hallo Ja Was denn Was sollt ihr das, dass ihr mich wegballert? Äh, ich hatte jetzt in dem Fall wenig damit zu tun Ich habe jetzt zugehört Die Sache war, der Kollege hat gesagt So, Hände hoch und Waffe weg Ähm Er hat's gesagt, Waffe weg Übrigens, es war eine Pistole ohne Munition Gut, das können wir ja nicht wissen Ja, klar Ist auch kein Vorwurf Ja Aber ich bin grad ins Inventar gegangen, um die auf den Boden zu legen Dann kommt der Kommt irgendeiner von der Seite Es war gar nicht der, wo vor mir stand, glaube ich Ja, wenn du ihn so hässlich nachriffst Dann wirst du ihn nicht wundern Ist trotzdem kein Grund, mich zu erschließen Nicht Wollen wir mal ganz kurz, ich bin da vorklären Nein, es nicht Aber wie gesagt, Waffe weg Sound muted Sound resumed Äh, ganz kurz Wie war das jetzt eben, hat er irgendwie gesagt Äh, von wegen Waffe weg oder so was? Ich hab Waffe weg gesagt die ganze Zeit Der hat die nicht weggenommen und hat halt doch gesagt Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg Waffe weg, Waffe weg Und dann reicht ihn wieder Hat er gesagt, oder wie? Ja Okay Und so ein Kind wieder Sound muted Sound resumed So Ähm Ohne Äh Äh Ganz kurz Ähm Ich hab' mit dem einen nochmal gesprochen Ähm Du hast anscheinend auch gesagt Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg Und äh Ich hab' gesagt, ich hab' gesagt, bleib' mal ruhig, Waffe weg Dann hab' ich halt so ein bisschen nachgehäft, ja Ja Ja, so ein bisschen nachgehäft, ja Ja, sobald, ja, ja Uff, klar, nachhelfen, super Nur, soweit du dann halt sagst, Waffe weg, ist das halt, ähm Ja Und halt selber eine Waffe in der Hand hältst Ist das in irgendeiner Form echt schon eine Bedrohung? Ähm Auch wenn das jetzt halt nicht so gemeint ist Ja Wir wissen ja nicht, wer du bist Ja Ja, und dann nicht erstmal umlooten, aber Ja, klar Natürlich Mhm Alles ok Ja, ne, würdest du jetzt irgendwo rumstehen, jetzt kommt einer zu dir hin Ähm, du möchtest den Ausraum, sagst du ja, Waffe weg Äh, hat der eine Pistole in der Hand und sagt, Aufwaffe weg Drei ist, dass ihr mich auch noch looted, ne Und was ist Drei ist Ja gut Ich wechsle dann mal in Ach Gott, ist das User left your channel Ha Das ist so ein richtiger Prozess, das hat er ja zwar auch gemacht schon Ja, passt Jo Soll mich nicht stellen User disconnected from your channel Disconnected So Ja, wir konnten jetzt nicht groß was machen, der Typ holt da rum Ja, der kommt übrigens nur Hm? Sieht's ja dann selber im Support, ne Ja, der ist so oder was Ja, ne, der holt halt jetzt ja rum, halt Wie gesagt, ne, dann wechsle ich jetzt meinen Bauche-Support Äh, Bauche-Erstatte So 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 Vielen Dank.